So, es ist wieder soweit. Tuning Tuesday. Ich bin jetzt ganz schnell hergefahren, weil der Paar hat mich angerufen und gesagt, hey Jimmy, Mensch, komm schnell her, wir haben vergessen die Fragen zu drehen. Ich habe heute von zu Hause aus gearbeitet und jetzt will ich euch dazu kurz was sagen und zwar kriegen wir öfters die Frage, ja, wer schreibt bei uns in die Software und ich sage, also bei uns in der Firma schreibe nur ich für die Firma die Software. Das heißt, auch wenn ich nicht hier bin, ja, ich bin zu Hause, mein Angestellte bzw. mein Meister, das Bichek, der liest ja die Software aus, schickt sie mir per E-Mail und ich bearbeite sie und er schickt mir dann die Logs und ich sehe alles und dann kann ich dementsprechend variieren. Also ist es egal, ob ich hier bin oder zu Hause bin, die Software kommt von mir. So, jetzt Paul, erzähl mal. Kommen wir auch gleich zu der passenden Frage. Du hast schon die passende Frage, sehr schön. Genau, passt ja eigentlich schon dazu, was sind deine täglichen Aufgaben im Geschäft und das sind ja dann eigentlich jetzt letztendlich nur die Software schreiben. Genau, also die habe ich ja gerade beantwortet. Software schreiben, ich sage mal zu 80% Software schreiben, dann klar ein bisschen Papierkram und ab und zu natürlich noch Mechanik. Ich schraube noch sehr, sehr gerne. Also alles, was meine eigenen Autos sind, schraube ich sowieso alleine und mache das selber, weil wenn du da was falsch machst, dann weiß ich auch, wer es falsch gemacht hat. Der Marc fragt, was ist der Unterschied zwischen Ebene 1 und Ebene 2 bei Steuergerätoptimierungen? Ich kann dir sagen, unter Ebene 1 und Ebene 2 kenne ich nur eine Funktion, die Monitoring-Funktion. Das heißt, es ist eine Ebene 1, da werden die Daten überprüft und wird parallel. Also wenn du in der Ebene 1 was zu hoch machst, dann hast du eine Monitoring-Funktion, die ist in der Ebene 2 und die überprüft dann praktisch die Ebene 1. Wenn du zu viel vom Drehmoment hast oder irgendwas zu viel, dann checkt es die Ebene 2 und bumm, hast du einen Fehler. Das sind eigentlich Monitoring-Fehler. Ich denke mal, dass das die Frage war, Ebene 1, Ebene 2, was anderes kenne ich nicht unter Ebene 1 und Ebene 2. So, Paul, weiter geht's. Der Alex schreibt, Kompressor vs. Turbo, Pro und Kontras der jeweiligen Systeme. Kannst du dazu was sagen? Pro und Kontra der jeweiligen Systeme. Also, ich sage dir mal eins. Heutzutage ist es so, dass du eigentlich mit einem Turbo, also ich vergleiche es mal so vor 10 Jahren. Ja, vor 10 Jahren hast du einen Kompressor gehabt. Das Ding hat eigentlich kontinuierlich Druck aufgebaut. Das heißt, umso höher die Drehzahl war, umso mehr Druck hat der Kompressor gemacht. Nachteil da war die Verlustleistung. Der Kompressor wird ja angetrieben über einen Riemen. Und der Riemen ist ja vom Kurbeltrieb angetrieben und der frisst halt auch Leistung. Deswegen ist das natürlich pro Contra. Ein Turbolader wird ja von der Abgase angetrieben. Von daher habe ich da keine Verlustleistungen. Der Nachteil früher war beim Turbolader. Er ist angefahren und hat dann höhere Drehzahlen, den Druck meistens verloren. Und da war halt der Kompressor etwas besser, weil er halt umso höher Drehzahl war, umso mehr gedreht hat. Aber die Turbos heutzutage, die sind so gut und so geil gemacht, dass ich heute nie einen Kompressor verbauen würde, auch als Hersteller. Ich würde nie auf den Kompressor gehen, weil die Turbos sind so gebaut und so gemacht, dass du selbst bei ganz hohen Drehzahlen noch einen hohen Druck fahren kannst. Von daher ist Kompressor Geschichte und das wird glaube ich auch nicht mehr kommen. Was jetzt kommt, sind die Batterien und da bin ich schon ziemlich heiß drauf. Jetzt möchte der Yannick wissen, wie es bei uns abläuft mit dem Tuning. Ja. Yannick? Ja. Achso, Yannick. Punkt 1 ist, du kommst zu uns nach Bad Mergenheim, dann kriegst du erstmal einen lecker Kaffee oder einen lecker Tee oder egal was du willst zum Trinken. Dann zeigen wir die AGBs, die kannst du dir durchlesen oder auch nicht. Die musst du unterschreiben, sonst fangen wir mit deinem Auto gar nicht an. Also wer bei uns die AGBs nicht unterschreibt, kriegt das Auto einfach nicht gemacht. Ja. Und dann ist es so, entweder ich oder das Bichek, mein Meister, der liest dann die Software aus und schickt sie dann mir und dann wird die bearbeitet. In der Zeit, je nachdem was für ein Paket gebucht ist, ob du eine Messung bekommst oder nicht. Das heißt, es wird eine Eingangsmessung gemacht, Logs gemacht in Serie, dann wird die Software modifiziert, dann wird die Software draufgespielt, Ausgangslogs gemacht, eine Ausgangsmessung wird dann gemacht, wenn es dir gewünscht ist, ja. Und dann zahlst du und dann gehst du glücklich nach Hause. Und wenn du nicht glücklich bist, dann mache ich so lange, bis du glücklich wirst. Also. Ja, nebenbei gibt es dann immer wieder gute Fotos, ne? Und Fotos. Der Paul, der alte Spitz, der macht halt richtig gute Bilder, ja. Und die kriegt dir dann auch zugeschickt per E-Mail, wenn ihr natürlich wollt, dass wir euer Auto fotografieren, ja. Das heißt auch, wenn ihr das erlaubt, weil es gibt ja auch Kunden, die sagen, ne, ich möchte nicht, dass mein Auto fotografiert wird, dann machen wir das auch nicht. Also bei uns kommen auch wirklich alle Kennzeichen weg, kommt unser PP-Schild hin und die schönen Fotos, die kriegt ihr dann auch von Paul per E-Mail zugeschickt. Gut. Der E-Mail sagt, was ist gesünder oder besser? Bei null Kilometer optimieren oder bei 2000 Kilometer optimieren? E-Mail? Ja. Also E-Mail. Ich sage mal, bei null wird es ziemlich schwer, weil wenn du das Auto abholst, irgendwo muss ich ja erstmal ein paar Kilometer fahren, bis du zu uns kommst, ja. Oder du baust Steuergerät direkt dort aus, wo du es gekauft hast und schickst Steuergerät zu. Ich sage mal so, ich würde auf jeden Fall immer, immer eine Einfahrphase machen. Das heißt also mindestens 1500, 2000 Kilometer würde ich das Auto einfahren, weil da merkst du auch, hat es irgendwelche Macken, funktioniert irgendwas nicht, ja. Und erst danach würde ich dann die Leistungssteigerung durchführen, ja. Also ich würde nicht gleich direkt, sondern würde wirklich erst ein paar Kilometer fahren, um zu gucken, ob auch alles funktioniert. Ich habe natürlich schon viele Kunden gehabt, die haben sich das Auto in Neckarsulm abgeholt, ja. Da sind sie 40 Kilometer hergefahren, Software drauf und weiter geht's. Funktioniert auch, ja. Ist kein Problem. Nichtsdestotrotz empfehle ich trotzdem so 2.000 bis 2.500 Kilometer Einfahrphase und dann die Software. Der Dommel, der will wissen, was so die beste Methode ist, um Feuer spucken zu lassen bei einem Auto. Feuer spucken? Ja, also die Flames, die Flammen rauskommen. Beste Methode, Feuer spucken lassen, Spritnei ohne Ende, ja. Und beim Auslass Ventilzündung richtig einstellen mit Sprit und dann kommt da schon Flamme raus. Oder natürlich, was wir viel machen, in Abu Dhabi zum Beispiel, wenn die Autos mit Methanol fahren, dann kommt auch so Flamme raus, ja. Weil das ist halt so viel Sprit, 99,9 Prozent Alkohol, dann entzündet es halt auch. Ihr habt es schon ein paar Mal in ein paar Videos gesehen, dass wenn die da immer Refs geben und alles, dann kommen halt irgendwann dann die Flammen raus und das ist dann Methanol. Also mit Methanol ist es die einfachste Methode, das zu machen. Der Heiko schreibt, wo siehst du die Serienleistung der Autos in zehn Jahren, zum Beispiel beim Porsche Turbo S? 900 PS, 800, 900? Also, da ja am Sonntag die Wahlen waren und ich gesehen habe, dass lauter Menschen die Grünen gewählt haben, da sage ich euch... Nur noch Fahrrad fahren, oder? Ne, da sage ich euch, das wird nicht mehr so sein. Es wird vereinzelt Autos geben, Supersport wegen mit 1000 irgendwas PS, ja. Aber ich denke mal so, der Normalo, das wird so in der Klasse bleiben. Auch die Elektroautos, die werden dann auch so irgendwo vielleicht 800, 900 PS dann haben, weil man wird es einfach nicht brauchen, ja. Der Chris schreibt, mit welchen Marken von Downpipes hast du gute Erfahrungen gemacht, jetzt speziell für den AMG? Also, für AMG, ich sage mal, bei Downpipes, bei Downpipes hast du eigentlich wenig Probleme, ja. Von den Downpipes her passen eigentlich sehr, sehr viele Downpipes. Passgenauigkeit ist da einfach, wo es da mehr Probleme gibt, ist bei Abgasanlagen. Aber Downpipes selber kannst du eigentlich fast alles nehmen und das passt eigentlich ziemlich gut. Aber klar, für den deutschen Markt auf jeden Fall Downpipes mit High-JS-Cuts, ja. Es gibt viele mit EG und auch die ohne EG, dann würde ich, ich würde immer empfehlen, wenn, also, wenn es mein Auto wäre und ich das im Alltag nutze, auf jeden Fall Downpipes mit Renn-Cuts reinmachen, weil dann stinkt es nicht, ja. Dann hast du den Vorteil, dass es nicht stinkt und von der Leistung her ist es minimals, das ist kaum spürbar zwischen ohne Cut und mit Cut. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage vom Mirko. Er schreibt, kann man mit VCDS für die VAG-Fahrzeuge Komponenten wie Lambda 2 oder Nockenwellensteller dekodieren? Dekodieren? Ja. Das ist eine gute Frage. Also, was du machen kannst, also, ich weiß, es funktioniert jetzt so Sachen wie Geschwindigkeits-, weißt du, in Abu Dhabi hast ja diese 120, da diese Limit, das kannst du ausmachen, Gurt kannst du auskodieren und diese kleinen Feinheiten, gerade was Lambda und so geht, geht, glaube ich, mit VCDS nicht. Da brauchst du dann schon irgendwas vom Entwicklertool, wo du das alles auskodieren kannst. Also VCDS kriegt es, glaube ich, doch nicht hin, weil das ist dann doch sehr tief drin. So gut, war es das. Ich glaube, das war es schon. Wir sind jetzt fertig. Ihr könnt jetzt schon mal die nächsten Fragen stellen für nächste Woche. Ich gehe jetzt wieder nach Hause, weil Salah aus Abu Dhabi wartet noch auf zwei, drei Files. Die mache ich dann jetzt schnell. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder, oder? Ja, das war super.